Jo Freunde und willkommen zurück. Ja, heute ist der elfte Tag unserer Challenge. Bei mir ist es jetzt schon relativ spät, 20 Uhr und die Kinder sind im Bett. Also das heißt jetzt direkt Gas geben, loslegen, hermorgen auch wieder raus zur Arbeit. Deshalb ziehen wir jetzt einfach mal durch, ziehen jetzt die Weste an, gehen direkt auf den Boden und starten. Let's go! So, zusammen, die Handschuhe und die Weste sind angezogen, leicht warm gemacht bin ich auch schon. Wir finden dich auch schon am Boden, das heißt wir fangen direkt an und wenn ihr Bock habt, macht ihr mit, wenn nicht, dann nicht. Also, peace out and go! Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, relentless you survive. They never lose hope, when everything's cold and the fighting's mid. Sleep in their boats, they'll ride into smoke when the fire is fixed. Oh, pick yourself up, cause... Legends never die, when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness. Legends never die, they're written down in eternity. But you'll never see the price it costs. The scars like... Ja, mega Leute, das war's auch schon wieder für heute. Ich geh jetzt noch ein bisschen was chillen, mach einen chilligen Abend. Kinder schlafen schon, ein paar Stunden genießen, bis es morgen wieder auf zur Arbeit geht. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und habt auch einen relativ schönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder. Abonnieren bitte! Ja, und bis dahin. Ciao! Das hat euch jetzt gemacht. Stabil sind ** Vielen Dank.